Du kannst mit Fabian rein dann. Ne, wo ist sie denn? Ich kann. Na Fabian, wie geht's dir? Super. Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Kein Ding. Ja und sonst so Fabian, erzähl mal. Schule? Alles gut. Oh. Sollen wir uns das mal anhören? Ne, lesen wir nicht. Warum denn? Achso. Warum sollen wir Discord bleiben? Wir haben ein bisschen runde Pifa. Ne. Hey, komm Nala. Sie konzentrieren jetzt. Wer ich? Ja, denn er ist der Sieg jetzt wollen. Ich klemm die Kontrolle ein. Ja, kannst du ja machen. Oh, ein bisschen Quatsche. Ey, komm schon. Fabian, wir Schwaben müssen zusammenhalten. Ne, ne. Wie geht's dir? Super an dir. Auch gut. Wie war dein Tag? Gut, schon deiner. Gut. Was hast du gemacht? Hab Theorie Stunde gehabt. Ganzen Tag. Auto? Mhm. Ja, ja. Wie liefst du? Erzähl mal. Super. Alles gut gewesen. Machst du Automatik oder Gangschaltung? Ne, Gang. Was war das für ein krasses Tor? Mhm. Wie viele Stunden hast du schon? Sechs, glaub ich. Aber in Stuttgart Auto fahren ist auch kacke. Oder fährst du direkt in Stuttgart? Ne. Ne, Stuttgart. Schmeckt's? Ja. Überragend. FIFA spielen. Mhm. Da musst du erst mal Freundschaftsanfrage annehmen. Ich weiß ja nicht, ob du im Discord bleibst. Das werden wir dann sehen. Ey, komm Fabian, ich bin super lieb. Ich mach nix. Ja, ein bisschen ganz lieber. Danke. Du auch. Ne, sehr liebe. Aber lass uns doch einfach zocken und ein bisschen Spaß. Also... Quatschen. Natürlich, wenn du nicht willst, habe ich das zu akzeptieren. Ja, dann nehmen wir was angenommen. Wie heißt du? Biox. Dann lass uns plötzlich Spaß haben. Also zocken. Oh, es sind ne 4, 3, 2. Sagst du noch die Weekend League? Ja. Auf Krampf. Musst du? Ne. Aber was soll man sonst machen? Als Außenstehender möchte ich kurz was in den Raum schmeißen. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass ich die ganze Zeit drin war. 3, 3. Sehr unangenehmes Gespräch irgendwo. Sehr unangenehm. Einfach mal die Stimmung ein bisschen auflockern. Ja. Ja, warte. Dann mach ich dir mal. Ey, Marcel, danke für die 50. Einfach mal ein bisschen die Stimmung auflockern. Verwend aber, erzähl doch mal jetzt ein bisschen. Ja. 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 Ich probiere. Ich habe Bock auf so einen kleinen... Smalltalk. Smalltalk und ein bisschen Zogge. Ja. 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 Ja, und sonst so Familie. Alles gut. Bei dir ist alles gut. Nichts Neues. Kennst du? Die Kinder. Die Kinder. Schule. Eili einfach dann... Hier, ne? Ja. Über zwei hoch. Ja. Ja, und sonst? Was machen die Kinder so? Ja, das jetzt glaube ich nicht. Was? Ich glaube, wir sind ein bisschen genervt, Eili. Wir wollen ein bisschen Quatsch. Achso. Sagt ihr, ich störe euch hier. Ja, ja. Okay. Ey, dann klinke ich mich aus. Ich wünsche euch beiden viel Spaß. Ja. Dankeschön. Ich wünsche euch beiden viel Spaß. Das klingt mich jetzt sehr aus. Mhm. Haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Hey. Dankeschön. Viel Glück an beide. Ja, und GG's. Mhm. Fabian, welches Auto fährst du in der Fahrschule? Ja. Na, ich bin ja noch nicht gefahren. Ich mach erstmal Theorie. Ah. Okay, okay. Wie... Also... Schwertheorie? Für dich? Nee. Geht, oder? Mhm. Hast du dein Abitur schon? Ich hab Fachabitur gemacht. Oh, wie lief's? Gut. Es ist super gelaufen. Ehrlich? Ja. Top, das ist wichtig. Schule ist wichtig. Mhm. Ja, ich war auch in der Schule, falls dich mal interessiert, aber... Echt? Ja. 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 Ähm... Wie sieht's mit Urlaub aus? Ich hab keinen Urlaub dieses Jahr. Warum? Was ist denn los? Weiß nicht. War einfach so... Dieses Jahr war nicht... Ach so, machst du gar nicht oder hast du gar nicht? Ich geh nicht in Urlaub. Okay, okay. Aber war in Stuttgart dann auch schönes Wetter? Ja. Was jetzt eine Woche war, ansonsten immer scheiße gewesen. Ja. Bei dir so... Tatsächlich war bei uns auch richtig, richtig, richtig gutes Wetter. Ja. Ich war ja auch ein bisschen im Urlaub jetzt. Und da war halt dann auch gutes Wetter. Ne? Hast du ein Traumauto, wenn du schon so deinen Führerschein machst? Nee. Willst du mich einladen? Dann könnten wir auch nebenbei spielen und nicht nur so. Ja, ich find dich nicht. Du bist ja wieder da. Ja, wir haben auch... Ehrlich, merkst du selber, das ist ne... Da fühlen wir uns weiter nicht wohl. Ich weiß nicht. Wir wollen ein bisschen zocken, ein bisschen quatschen. Soll ich mich wieder ausklicken? Wäre cool. Alles gut, ich wollte euch nicht stören, ne? Ey, beide, hier, ich wünsche euch viel Spaß nochmal, ne? Die Cheeks. Wollt ihr nicht stören? Haltet die Ohren steif. Und ich wünsche euch beiden ein gutes Spiel, ne? Ja. Danke. Tschö. Tschö. Schaust du eigentlich die EM? Ja. Ja. Und hast du da schon so einen Favoriten oder wo sagst du... Einen schlecht? Angelegen, glaube ich, macht's. Okay. Wenn nix du gewinnt. Hm. Aber Portugal. Portugal. So wie jetzt? Fabian, leh dich nicht weiter aus dem Fenster. Du bist auch im Loch. Tschö. Hm. Guter Schuss, übrigens. Spielst du nebenbei Basketball oder so? Nee, nee. Verteilst gute Körbe. Ähm. Ja, und sonst, was macht das Leben? Nö, Nö, Nö. Wie hast du... Ja? Auf ein Judospiel, haust du rein. Nee, 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 Fabian. Fabian, das machst du nicht. Die ist jetzt gegangen. Ey, die kriegt so ne Packung von mir, ja. Macht sie nicht. Ich will, ich will Fabian... Geh aus meinem Discord. Geh aus meinem Discord. Geh aus meinem Discord. Geh aus meinem Discord. Ich will mit dir reden. Hey, Vinny. Hey, Vinny. Na? Hm? Weißt du, es ist nicht... Ich geb Fabian so ne Packung. Ich will sie jetzt so weg, das glaubt ihr mich. Ich will sie so weg. Ich will sie so weg. Ich spiel um mein Leben jetzt. Fabian wird sehen. Okay, mach. Okay. Fabian wird jetzt so sehen. Er hat mit dem Falschen gespielt.